Moins zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video, hoffentlich alles gut bei euch. Wenn ihr kritischen Content mögt, dann gerne ein Abonnement da lassen, das ist natürlich kostenfrei. So und dementsprechend, mir hat eine Bank das Konto gekündigt. Ihr habt richtig gehört. Und wir gucken jetzt mal rein, das ist kein Clickbait oder ähnliches, das ist Tatsache. Es geht um Vivid Money. Werden einige von euch kennen, habe ich auch in dem einen oder anderen Video schon mal drüber gesprochen. Ist ein ganz attraktives Konto mit einer ganz guten App. Die Karte habe ich noch nicht mal davon, die brauchte ich auch nicht. Ich habe das einfach nur so digital minimal genutzt, muss man ehrlich sagen. Man hat aber verschiedene Vorteile da. Man kann nämlich auch hingehen. Und das Cashback-System war da auch innerhalb dieser App drin, wenn man darüber bezahlt hat und so weiter. Also relativ attraktiv. Und dann bekomme ich jetzt vor einigen Wochen diese E-Mail hier. Und da dachte ich am Anfang, ist das Spam? Warum reden die mich nicht mit meinem Namen an? Die reden mich hier mit Anrede an. Aber vom Absender her sieht das Ganze schon mal legitim aus. Und dann habe ich auch nachher, gehen wir darauf ein, ein bisschen weiter recherchiert. Die heißt es auf jeden Fall. Anrede. Sternchen innen bitte. Hiermit teilen wir dir mit, dass unser Partner Solaris Bank die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dir und der Solaris Bank gemäß Paragraphen und so weiter einstellt. Das Ganze mit Wirkung zum 25.09. Also noch ein paar Tage habe ich da Zeit und so weiter und so fort. Und man muss natürlich sich wirklich halt Gedanken machen. Liegt es an mir in der Person oder weil ich das Konto zu wenig genutzt habe? Da gehen wir gleich mal drauf ein. Oder ist es vielleicht wegen dieser Videos hier? Ist das zu kritisch für Vivid und die Solaris Bank? Wer weiß, wer weiß. Ihr könnt ja eure Vermutung gerne mal in die Kommentare schreiben. Interessant ist dann aber auch noch weiterhin dieser Ablauf. Nämlich hier. Dein Konto wird zum vorher genannten Termin geschlossen und kann von dir dann nicht mehr genutzt werden. Bitte fülle das beigefügte Überweisungsformular aus und sende es per E-Mail, sodass wir dir, soweit zulässig, ein noch vorhandenes Guthaben überweisen können. Sollte uns, und jetzt kommt es, bis zum ersten abgeschlossenen Monat nach wirksam werden der Kündigung keine entsprechende Kontoverbindung mitgeteilt werden oder worden sein, behält sich die Solaris Bank vor, eine monatliche Aufwandsentschädigung von 6,50 Euro von diesem Restguthaben einzuziehen. Das ist ja auch der Knaller. Das ist ja auch der Knaller. Denkt immer dran. Geld auf der Bank gehört nicht dir. Es ist nur eine Forderung an die Bank. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man wissen und verstanden haben muss. Und das Kuriose daran ist, ich habe denen auf diese E-Mail hier geantwortet, gefragt an den Support, ist es fake, ist es echt? Ich habe bis heute, und wir haben jetzt heute, drei Wochen später, nachdem ich diese E-Mail hier bekommen habe, keine Antwort bekommen. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, ist doch kein Problem, so eine komplette Online-Banking-App zu nutzen oder ein Konto zu nutzen. Aber wenn da kein Service ist, warum sollte ich das weiterhin nutzen? Da sage ich doch ganz ehrlich, nein. So, und dann habe ich recherchiert und konnte lediglich zwei Artikel dazu finden. Da haben wir einmal einen Artikel hier bei computerbild.de und die schreiben ja auch, darum bekommen einige Kunden die Kündigung bei Vivid Money. Bezogen auf einen Artikel ist das allerdings schon von November letzten Jahres, also schon einiges her. Aber die sondieren hier wohl häufiger aus oder sortieren ihre Kunden aus, wo halt zu wenig Transaktion läuft, wo zu wenig genutzt wird. So zumindest die offizielle Angabe. Und die referenzieren hier auf einen Artikel von financeforward.com. Vivid kündigt tausenden inaktiven Kunden. Das Bankkonto heißt es hier. Und angeblich ist es so, dass in der App wiederum auch noch angezeigt wird, Achtung, wenn sie das Konto jetzt nicht nutzen, dann wiederum werden wir wahrscheinlich ihr Konto kündigen. Ich habe diese Meldung nicht gesehen. Man muss aber auch, oder ich muss an der Stelle auch gestehen, ich habe das nicht mehr so häufig genutzt. Das ist halt einfach so. Ich trauere jetzt auch Vivid nicht nach oder ähnliches. Aber man muss sich Gedanken darüber machen. Man sollte nie, das ist so meine Intention in diesem Video auch, irgendwie alles auf eine Karte setzen. Denn es kann halt einfach mal passieren, dass dir die Bank das Konto kündigt. Und du bist ja in Deutschland dann verpflichtet dazu, ein Konto zu haben. Man braucht es ja in der Regel auch, sodass du deine Zahlungen bekommen kannst, deine Zahlungen machen kannst. Ganz nur mit Bargeld leben. Das geht leider halt nicht mehr in Deutschland. Auch wenn ich ganz klar Bargeldverfechter bin. Bargeld ist Freiheit. Ein Konto braucht man einfach, um Zahlungen zu senden, zu empfangen, wie gerade eben geschildert. Aber man sollte sich da ein bisschen differenziert aufstellen. Vielleicht auch bei wirklich was ganz Beständigem, wie einer Sparkasse oder ähnliches, wo man zur Not auch in die Filiale einfach mal gehen kann. Weil es bei manch einem Online-Anbieter, reinem Online-Konto halt doch mit dem Support manchmal schwierig ist, wie ich jetzt hier am eigenen Leib erfahren habe, dass ich noch nicht mal auf meine Rückfrage, ob das eine echte E-Mail von Ihnen ist, einfach keine Antwort bekommen habe. Ja, grundlegend ist das natürlich ein Problem der Branche, dass natürlich die Kosten für so ein Konto dann relativ hoch sein sollen und dass man dadurch natürlich versucht, jetzt auszusondieren und hinzugehen und zu gucken, dass man seine Fixkosten zu senken. Gut, wenn das deren Geschäftsmodell ist, dann bin ich halt kein Kunde mehr davon. Schreibt mal unten rein, was ihr davon haltet. Dann habe ich was Interessantes gesehen für alle diejenigen, die überlegen, aktuell auszuwandern. Auszuwandern? Ja, es ist natürlich noch die EU. Da sollte man sich Gedanken darüber machen, ob man innerhalb der EU umziehen möchte, ob das überhaupt etwas bringt. Und hier geht es speziell um Sardinien. Und dann heißt es nämlich in einem Bildartikel, Mittelmeerinsel sucht neue Bewohner 15.000 Euro für Umzug nach Sardinien. Das ist natürlich an einige Bedingungen geknüpft, aber das ist tatsächlich so, dass man mit 15.000 Euro bis zu 15.000 Euro belohnt wird, wenn man seinen Wohnsitz auf diese wunderschöne Insel Sardinien verlegt. Ich war noch nicht da. Ich habe mal gerade hier geguckt. Liegt ja direkt hier neben Italien eine große Insel, wie ich finde. In meinem Verhältnis hier zu Mallorca beispielsweise oder auch Menorca ist das ein richtig großes Ding. Genauso, wenn wir hier drüben auch mal gucken, Kreta beispielsweise oder auch Zypern, bedeutend kleiner. Aber ich denke, Sardinien, das könnte auch ein geiles Auswanderungsziel sein. Denn es gibt nämlich noch einen steuerlichen Vorteil, den wir uns gleich angucken. Aber jetzt erstmal hier zu diesen 15.000 Euro Bonus, 300 Sonnentage pro Jahr. Haben wir in Deutschland 30? Ich weiß es nicht, wie viele. Also das ist ja schon sehr, sehr krass. Die Bedingungen, die daran geknüpft sind, in eine Gemeinde zu ziehen, die maximal 3.000 Einwohner hat auf der Insel Sardinien. Das Geld in den Kauf oder die Renovierung eines Hauses muss gesteckt werden. Und der Wohnsitz innerhalb von 18 Monaten muss in die sardinische Gemeinde verlegt werden. Ja, da sage ich ganz ehrlich, ja klar, bei 15.000 Euro, das ist doch attraktiv. Da kann man mal drüber nachdenken. Und es gibt einen weiteren Vorteil für gut verdienende Menschen, die nicht unbedingt auf den Standort, wo sie arbeiten, angewiesen sind. Soll heißen, wenn man zum Beispiel wie ich viel über Internet arbeitet, auch meine Unternehmensberatungstätigkeit, kann ich per Zoom-Call und so weiter, ich brauche eine gute Internetverbindung, dann kann ich überall auf der Welt arbeiten. Und das machen ja immer mehr Leute, die irgendwelche Dropshipping-Modelle bei Amazon und ähnliches Fulfillment-Projekte laufen lassen und so weiter. Die sparen sich die Steuern in Deutschland und machen das vom Ausland. Ich kann das absolut nachvollziehen. Oder Immobilieninvestoren oder auch Investoren in Aktien und ähnliche Geschäfte, die auf Zypern leben, wo das Ganze auch deutlich attraktiver und meiner Meinung nach auch fairer besteuert wird. Und da sind wir nämlich hier bei Gassospringer, Peradona, Eda, Olivia. Und dann heißt es nämlich hier Pauschalsteuer für wohlhabende Personen. Und das ist tatsächlich so, es besteht eine Fixbesteuerung von nur in Anführungszeichen 100.000 Euro oder 7% für Auslandseinkommen bei Wohnsitzverlegung. Und das bezieht sich nicht nur auf die Insel Sardinien, denn das ist noch bei mehr Inseln und Gebieten so. Die steuerrechtliche Wohnsitzverlegung muss in eine der folgenden Regionen Süditaliens erfolgen. Abruzen, Apulien, dann was und was weiß ich. Also super viele Orte, ich will sie jetzt gar nicht hier alle aufzählen. Bedingt natürlich wieder mit ein paar Einschränkungen an verschiedene Orte. Aber überlegt euch das mal, was das bedeutet. Klar ist das viel Geld, so eine Fixbesteuerung hier von 100.000 Euro oder 7%. Aber überlegt euch doch mal, wie attraktiv das für manch einen ist, der so viel Geld einnimmt, dass er sagt, ja in Deutschland, Moment, wenn ich in Deutschland, rechnen wir mal, runden wir einfach mal 50% Steuer bezahle. Weil man muss ja überlegen, es sind ja im Höchststeuersatz wirklich diese 45%. Und wenn dazu dann noch mein Steuerberater auch was davon bekommt und so weiter, runden wir einfach 50%. Dann sagen wir einfach mal, diese Person verdient 300.000 Euro pro Jahr. Und dann gehen doch davon knapp 150.000 Euro schon weg. Bei dem Wetter hier, bei der schlechten Infrastruktur, bei der Drangsalierung durch die Regierung etc. pp. Da ist es doch für so eine Person ein leichtes, wenn die die Möglichkeiten hat, laut seiner Arbeit, hinzugehen und zu sagen, okay, mache ich eine Fixbesteuerung, 100.000 Euro, mache eine easy, einfache, kleine Steuererklärung und das war's. Oder man macht das, wenn man weniger verdient, über 7%. Das ist doch unfassbar, wie attraktiv es offensichtlich sein kann. Und man muss ja dazu natürlich fair dann auch sagen, Italien und so weiter, wir wissen ja, was hier passiert. Die Gelder in der EU werden ja mit vollen Händen Richtung Italien vergeben. Das heißt, wir finanzieren das unter anderem. Das ist ja das Schlimme einfach an diesem Konzept. Aber der Deutsche bekommt wieder nichts davon zurück. Weiterhin, interessanter Punkt ist auch noch, es gibt auch keine Erbschafts- und keine Schenkungssteuer. Das ist sowieso krass, überlegt euch das mal. Ein bereits versteuertes Einkommen soll beim Erben nochmal versteuert werden. Das habe ich bis heute nicht verstanden und werde ich auch nie einsehen zu verstehen, weil es eine absolut bodenlose Frechheit ist. Oder auch eine Schenkungssteuer. Wenn ich doch hingehen möchte und sage, der Typ, ja, den finde ich cool, der hat was Gutes gemacht, dem drücke ich jetzt mal 100 Euro in die Hand. Da kann der im Tierheim und so weiter, was er da macht, vielleicht was Gutes machen. Und jetzt überlegt euch mal, jetzt muss die Person dann hingehen, und das nochmal versteuern. Wie ekelhaft ist das denn eigentlich? Wie absolut krass ist das denn eigentlich? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das finde ich ganz, ganz unangenehm. Sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Zwei Themen heute in diesem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, mit dem Daumen nach oben signalisiert erst. Lasst gerne das Abo da. Haut rein. Schreibt eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao.